Musik 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 gut ja, okay Ich bin nicht rechtzeitig genug. Wir da. Oh, meine Waffe ist leer. Dann möchte ich hier. Okay, ich bin der Waffe nur da. Geht doch. Ja, zurück. Hä? Ja, gleich rechts durch die Tür. Sind ganz viele Shit-Huggies. Aha, da oben drauf stehen auch noch welche. Oh ja, ich sehe nur gelbe Rotze. Lass mich mal vor. Ich habe noch eine Granate vor die kurz schmeißen. Ja, Raketen. Ja. Bleib mal hier unten. Lass mich beim Rücklauf nicht. Bitte was? Ja. Ich habe sie zwar alle getroffen, aber... Oh, gut. Ja. Ich glaube. Das ging schnell. Ich war? Nö. Ja. 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 Ja, das ist ja nicht. Ja. 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 dass du nicht einen von denen wegkriegst da oben sind noch ein paar hier jede etage ist eine gute etage auch schildtypen ich muss mal kaputt durchlaufen so die auf das ist eine andere tür gewesen ok reicht es reicht auch nicht zum sparen jetzt sind wir da wo wir hochgesprungen sind ja ja das ist die richtige tür ja ja und gleich irgendwo ab dem raum da hallo hallo jetzt kontrolpunkt abgeschlossen hier 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 Ich guck mal, mir stand nix. Hä? Oh, das ist ja witzig. Wo bist du? Ich bin noch unten bei denen. Wo du dich gespawnt hast. Okay, links. Links. Rech. Ja, jetzt muss ich abladen. Hä? Hm? Bist du noch gestorben? Ja, aber ich weiß nicht warum. Aber ich bin der Meinung gewesen, dass... ...dass er nicht auf mich geschossen hat. Oh ja. Ich schreibe jetzt ganz rechts und da raus. Nicht darunter fallen. Nicht... Nicht springen, nicht. So laufen. Und gleich... ...irgendwie hier. Jo. ... 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 persona Woha Oh! Nein, da ist noch was. Ich gehe auf der anderen Seite weiter ... ... geh sis weiter, flower. Das... Du... ...läufst direkt in Elite rein. Tschüss! trad Ich bin bin mir nicht sicher, warum ich jetzt runter gefallen bin. Weil du dir einfach untergelaufen bist. Hm... Das hatte ich für ein Gerücht. ne da gehe ich mir nicht nach ja ich musste gerade die granate aufsachen das war sehr wichtig schön dass man einmal so ein heiliges level unterlaufen muss rechts und 13 ist ja bei nächstes wollen wir sind wir ganz unten oder was das ein teil war wenigstens habe ich jetzt eine neue plassampelle das war's doch was auf jetzt waren wir zu weit weg alle rüßbäun ja das ist ja zugekennig ich will nicht dass ich wüsste warum die denn her hier war ich eben gerade schon ach die ziehen sich jetzt wieder zurück da Danke. Zuliebenswürdig, ich bin tot. Achso, sag das doch. Du bist mich erschossen. Hab ich nicht, ich hab mir hinten eine Waffe geholt. Echt? Bei mir kamen Schaden als Anzeige von hinten. Das kann nix sein, weil ich hab mir grad ne Plastonpistole gesucht, weil ich hatte keine... ...keine Munition. Krass. Das Ding ist, du musst ja permanent die Waffe wechseln, von Plasma auf. Auf normal, sonst kriegst du die Schildtypen ja nicht weg. Was ich nicht verstehe, warum hebt der gute... Jaaaa. Hm. Du kennst mich mal. Boah, dann hab ich hier. Oh. Alles klar, hier kann ich den aber... ...nicht kiten. Schauen wir mal. Ja, den Boden kannst du durchschießen. Es sind zwei. Gabst du durch? Nein. Ja. Aber ich war ziemlich dicht vielleicht dran. Ich weiß es nicht. Noch ein, zwei von den... Also den Jäger kann man ja ausweichen, das ist ja kein Problem. Ja, das ist ja... ...die Jäger sind nicht ganz ehrlich. Naja. Naja. Jetzt kannst du ruhig drei hin oder vielen stellen, aber äh... ...die Gwanz so mit dem... ...Sperrfeuer. So mit dem ununterbrochenen Plasma-Feuer. So wirklich? Okay. Ähm, das ist schon echt brutal. Weiß nicht, ob wir das zusammen mal versuchen sollten? Haben wir überhaupt einen Kontrollpunkt hier irgendwo schon da? Äh, ja. Aber es kommt länger. Sicher? Mhm. Weil... ...verschließt mich kacke. Oder wollen wir erstmal den Gwand dahinten kaputt machen? Dann wäre es ein bisschen mehr der Zentral da. Nein, jetzt kann ich ja nicht die Treppe hoch. Ja, der ist doch. Toll. Dann werft der schon mal nicht mehr. Vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen... Ach ja, wir müssen. Ich glaube ich schon. Vielleicht können wir jetzt einen Meter früher respawnen. Ja. Bist du da? Äh... Gleich. Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Oben, oben, oben. Ich bin gleich hinterher. Ah, okay. Bist du durchlaufen oder was? So... So ein bisschen. Okay. Schätzchen. Mhm. Bloß, dass ich jetzt hier nicht weg komme. Aber nein, mir ist es aufgefallen. Du läufst mir sehr, sehr, sehr oft direkt vor die Knarre. Aha. So ist es. Äh, ich muss immer noch aufpassen, dass ich dir ins Kreuz schieße. Das machst du sehr oft. Ja, das ist nicht schwer, so wie du spielst. Oh, jetzt bin ich schuld. Ich versuche auch in der Feuerposition zu haben. Und dann gibt es gleich ein extra Film. Boah. ... ... Das war's. Das war's. Gut. Die habe ich ja dann noch ganz gut weggefrühstückt. Ich hoffe, dass dadurch, dass der eine jetzt so weg ist. Oh, oh. Hey, hey, sag her. Ein Meter weiter vorne. Hat sich vielleicht fast gelohnt. Naja, und ich mach mal da oben, ist ja jetzt ein bisschen weniger los. Ich hör immer noch irgendwo ein, weißt du? Ich weiß nicht. Ich hör, und du da vorne auch eigentlich, der hängt wahrscheinlich nicht irgendein Ecke fest, oder? Ja. Okay. Oh nein, ne Granate haben wir, oder? Sehen wir. Oh, ist vorbeigefluckt, ja. Okay, jetzt ist noch, glaube ich, zwei Elite, äh, zwei hier und ein Elite, weiß ich. Na, wenn wir den Elite irgendwie wegkriegen? Sollen wir mal versuchen, wir durchlaufen? Kannst du sie da rechts mal abblocken? Hm, es sind nur Jäger. Okay. Ich bin vorbei, genau. Ich bin vorbei. Hier ist ein Treppenhaus. Oh. Ich bin bei den Jägern auf der anderen Seite. Ich bin bei den Jägern vorbei, da ist ein Treppenhaus. Ja, genau. Wenn du gerade dabei bist zu sterben. Ja, das war ein lächerlicher Schakal. Da war ich doof. Ich bin da. Hi. Komm mal hierher. Ich bin voll frei, nehme ich mich nicht. Ja, genau. Ähm, hinter uns, yes. Oh, hi. Wollen wir da doch? Ja. Okay, damit habe ich nicht gerissen. Oh nein, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich die da oben töten. Oh, das läuft's.